dann würde ich aber glaube ich was das na nee das ist glücksspiel das machen wir sollen wir noch eine mission machen die noch bock das eigentlich das eigentlich kann ich da schnell reisen machen hier ist er ist ankel das möchte kurs er denn schon wieder sehr möchte besprechen ja gehen wir erst mal zu ankel machen gucken uns jetzt noch ankel an und dann weg oder was ach da im schlafen ich habe ein bisschen mehr zu fahren okay go check the horses are ready you gonna take the old man in town take us to well you got plan nothing we'll find something for you all to do we always do we're bored out of our minds they cooped up here for two weeks now karen's about ready to murder grimshaw we can miss grimshaw spare you can miss grimshaw spare you what's happened to you arthur three young healthy women want you to take them a robin you're worried about house chores let's go let's go fair enough you got me come on i can't believe we're gonna see civilization feels like week since we did valentine ja ich glaube auch sterne ich glaube pascal hat heute richtig der der geht nachher richtig feiern ich mache wir machen jetzt noch die mission und dann machen wir vorher die schluss dann setze ich mich noch rein mache schon mal die ersten parts vom let's play fertig und dann äh muss ich auch langsam los setzen i have a girl in valentine likes to drink that fancy wine blue in her hand was two feet tall we're dragging her pants before it all i have a girl in fairy man can't give you her cause she won't taste it look at that coach you he's our own oh god damn it you oh shit no horses ah this is all i need is one of you gonna get that fellas horse oh i got lumbago it's very serious all right i'll see what's going on lumbago really you all right there friend oh hey you couldn't help me get my other horse back from over there could you ach da hinten mhm 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 mmh mhm 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 Tung mal, schon wieder eine gute Tat erledigt, Freunde. Machen richtig Party hinten auf der Kutze. Well, you did it. Das ist schon, das mal ein bisschen. Gar nicht so lange her, da haben wir uns auf dieser Straße geprügelt, Freunde. Also das eine Rad sieht wirklich nicht gut aus. Das ist cool, du wolltest sein, wenn du jetzt will ja so ein Fick. Okay, was machen wir? Wir werden machen, was ein selbstrespektvoller Manniak macht. Toll, wir gehen einkaufen, wir gehen feiern, okay? Ist okay. Okay. Ich werde nicht fragen, warum. Du bist ein süßes Mann, Arthur Morgan. Aber ich weiß, dass du mich liebst. Desperately. Du bist mein Lieblingsparasite. Nein. Ringworm ist mein Lieblingsparasite. Du bist mein zweites Lieblingsparasite. Du bist mein zweites Lieblingsparasite. Ich liebte. Ringworm. Dann Rats mit der Plague. Dann du. Shut up. Das ist der Platz, nun. Komm schon. Morgen. Also, was du nötig? Ein Glas für ein Beginn. Einfach etwas zu passen, während wir warten auf die Frauen. Ja. Der Mann sollte sicherlich stehlos aus dem Salon dieses Mal. Kaffee. Wo finde ich denn jetzt Kaffee? Bist Chris? Komade? Stiefel. These things happen. And that was some good viewing. Don't reckon folk ever seen Tommy lose a fight before. Well. It's all done now. You not getting anything, Arthur? I don't know. Maybe. Red. Peaches. Salzen in Rhein. Raubtierkühler. Möhre. Waffenöl. Und den Kaffee nicht. Ach. Das ist sogar markierlich, Idiot. Oh. You're feeling alright? Oh. Dumpo got no respect for their elders no more. Viel. Mann, okay. If you're done, I'll meet you outside. I won't be too long. Das muss SuperSkyl fragen, dude, das weiß ich nicht. Ja, das ist ein Betrug. 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 Ja, FIFA damals schon sehr hoch gehandelt, ne? Ja, das ist ein Betrug. 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 Ja. Das ist ein Betrug. Ja, das war das. Ja, das ist ein Betrug. Du hast mein Leben. Du bist ein guter Mann. Und ich, ich... Hier, du willst ein Pen? Das ist ein von dem Steele Wins. Oh. Das ist sehr nett von dir. Aber ich bin nicht ein guter Mann, Jimmy Brooks. Nicht immer. Siehst du, ich war in Blackwater. Ich töte Leute. Und vielleicht sollte ich dich töten. Should ich dich töten, Jimmy Brooks? Me? Ich nie gesehen, nicht jetzt, nicht immer. Ich glaube, wir haben ein Verständnis. Natürlich haben wir. Jimmy Brooks. Ich will das. Ich habe eine gute Erinnerung. Ich habe nicht. Ich habe nicht. Nicht nur ein Lick. Nicht nur ein SENS. In dieser alte Mauer. Komm schon. Komm schon. Du hast ein schönes Tag, jetzt, Herr. Okay, gut. Dann reiten wir jetzt zurück ins Lager. Und dann passt das für heute erstmal, würde ich sagen. Ja, dann lassen wir uns eben noch das Pferd zurückbringen. Dann kriegen wir auch Ehre. Aber ich kenne den Weg nicht. Ja. Das war's. Das war's. You and I'm going to go. Hey! My horse! Am I glad to see you! Damn me. Das Pferd macht's erstmal Geschäft. Ich glaube, jetzt geht's zu weit weg um. Ja, dann müssen wir halt jetzt laufen. Ja, dann halt so. Aber so haben wir wenigstens Ehre dazu gewonnen. Und, äh. Ja. Wir machen noch einen kleinen Spaziergang. Hm. Mit Pferd geht das halt schon schneller, ne? Aber ich versuch eigentlich immer... Also mein Ziel ist es, so gut... So viele gute Taten zu machen, wie's geht. Ich hab halt jetzt gar keine Waffen, außer mein Revolver, ne? Naja. Nein, das machen wir nicht. Ja. Ich mein, ich fährt jetzt noch zu weit weg. Aber kann eigentlich nicht mehr lange dauern, dann könnte ich's rufen. So weit ist es jetzt nicht mehr. Ja. Gut, es wird doch noch ein ganz schönes Stück. Egal. Machen wir einen kurzen Fußmarsch, setzen uns ins Bett und dann... Jetzt kommt's, jetzt kann ich's rufen. Sehr gut, Pascal. Sehr gut. Freut mich, dass Schalke mal gewinnt. Ich glaub nicht, dass Pascal das live macht. Ich hab mit 2014 WM-Finale. Das ist auch kein WM-Finale. Hat ja auch ehrlich drastische Auswirkungen. Ich hab das auch nie behauptet, Kumpel. Ich kann hier Verbesserungen, Wade. Erhöhe die Tragfähigkeit deiner Tasche. Alligator-Schädel. Okay, das kann ich nicht machen. In welcher Hinsicht sind... In welcher Hinsicht sind... Das war nicht krunk. Das war nicht krank. 10 Dollar? Die praktik ich so, Alter. Wäre ja schön blöd. Wenn eine Mannschaft, die 18, 19 nach 8 Champions League gespielt hat, stelle ich auch. Ja.